Bitte! Da kann Papa ja springen. Das macht einfach alles. Halt wohl das Gass. Das Gass. Hier kommt die Leiter hin. Ja? Da? Hier wohl. Märchenhaft. Trotzig. Himmel hoch. Küsten. Berge. Flusslandschaften. Willkommen in der Heimat. Willkommen in Europa. Feiern Sie im Jahr des Europäischen Kulturerbes. Fantastische Bauten. Europäische Ideale. Und das Gefühl der Gemeinschaft. Diesmal erforschen wir die griechische Mythologie und den Mythos Alexander der Große in der Welt der Antike. Morgen, 20.15 Uhr bei Phoenix. Jahr für Jahr versuchen Hunderttausende Europa zu erreichen. Ein Milliardengeschäft für Schleuser. Die EU reagiert. Setzt auf Geheimdienste und Spezialeinheiten in ihrem Kampf gegen Menschenschmuggler. Tagsüber Maler. Nachts Chef einer Schleuserbande. Wer sind diese Menschen, die die größte Reiseagentur der Welt führen? Menschenschmuggler. Donnerstag, 20.15 Uhr bei Phoenix. Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. 100 Jahre 1918. Schicksalsjahr für Deutschland und die Welt. Darüber diskutieren wir heute mit drei Historikern. Jörn Leonhard von der Uni Freiburg, Silke Fehlemann von der TU Dresden und Gerd Grummeich von der Uni Düsseldorf. Vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg noch nicht ganz zu Ende. Fast 40 Staaten waren an diesem Krieg beteiligt. rund 16 Jahre.